Russlands in der Ukraine, warum blenden Sie aus, dass dem vorangegangen ist ein völkerrechtswidriger Putsch, der vom Westen organisiert und finanziert worden ist, gegen den damaligen demokratisch gewählten Präsidenten Janukowitsch und mit ihrer antirussischen Rhetorik, das möchte ich Ihnen einfach mal sagen, treiben Sie uns in einen Krieg gegen Russland, das ist nicht im deutschen Interesse, Herr Minister Maas. Und deswegen frage ich Sie, in welchem Auftrag handeln Sie wirklich? Ist es die Atlantikbrücke oder ist es der German Marshall Fund? Danke.